Hallo aus der Nägelnagelneuen Janina & Food Küche. Sie ist schöner, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Wirklich, ich bin hier vorhin reingekommen und ich hätte beinahe heulen können. So schön ist diese Küche. Was mir super wichtig war an einer Küche, dass man mit möglichst vielen Naturmaterialien arbeitet und deswegen habe ich hier ein Tresen aus Massivholz. Dann haben wir hier eine ganz tolle Keramikplatte. Das alles ist beton bestrichen. Ich habe super tolle Geräte. Eine integrierte Kaffeemaschine. Dann habe ich hier ein Sauvizgarer. Hier ist eine Wärmeschublade. Also diese Küche ist einfach fabulös ausgestattet. Es war für mich ganz schwierig mir vorzustellen, wie eine Küche in diesen Räumlichkeiten aussieht. Und ich habe eine Wahnsinnsberatung bekommen und das hat echt Spaß gemacht. Ich finde die Kombination aus Holz und diesem Metall und der Keramikplatte und dem Beton, ich liebe es. Ich liebe es und ich habe auch ganz viele Meisterkochsachen mitgenommen, unter anderem eine Nudelmaschine. Das heißt, hier werden demnächst selbst Nudeln gemacht. Und was echt einer meiner persönlichen Highlights ist, ist dieser Wahnsinns-Ofen. Ich werde das erste Mal für meine Freunde ein Thanksgiving-Dinner machen, weil dieser Ofen einfach so groß ist. Was ich auch ziemlich fancy finde, eine Steckdose, die man einfach so auftippen kann. Also ich glaube, ich werde hier den Sommer meines Lebens haben. Diese Küche jetzt hier in diesem Küchenstudio, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Am liebsten hätte ich genau die gleiche auch noch mal zu Hause. Zitatgek acho Bis zum nächsten Mal.